Es ist das erste Mal, dass ich heute jetzt hier bin. Man fühlt sich wohl, man kommt mit den Leuten gut ins Gespräch. Es ist mal aus einer ganz anderen Perspektive erzählt. Dieses Motto Power of Ideas, das hat sich so von vorn bis hinten durchgezogen. Selber auch mal so ein bisschen über Ideen und wo kommen Ideen her und wie kann man Ideen teilen. Nachzudenken, das war ein cooler Impuls. Egal welchen Eventraum man jetzt besucht, man kriegt jedes Mal einen tollen Vortrag. Es war eine sehr gute Stimmung, eine tolle Liveband und man kommt hier mit den Leuten einfach super leicht in Kontakt und das macht Spaß.